Pilze sind die besten Items. Der Pilz bzw. die 3 Pilze sind wahrscheinlich die underratedsten Items in ganz Mario Kart. Nicht nur, dass man mit ihnen einige nützliche Shortcuts nehmen kann, als auch blaue Panzer dodgen kann. Zudem sind sie nämlich noch super flexibel und können zu jedem Zeitpunkt komplett durchgespammt werden. Anders als der Goldpilz, der ist nämlich wirklich maximal overrated. Klar gibt es Situationen, wo der Goldpilz sehr nützlich sein kann, aber es gibt mindestens genauso viele Momente, wo der goldene Scheißgell einfach zum maximalen Bruch führt. Als Beispiel dafür kann man an sich jegliche Situation nehmen, wo man nach dem Goldpilz noch eine Rakete oder einen Stern hat. Und dann kann man dieses Item nicht rechtzeitig einsetzen und wird von irgendeinem Scheiß getroffen. Im schlimmsten Fall natürlich ein Blitz. Hier wäre wie in Double Dash eine Funktion gut, mit der man die Items tauschen kann. Oder was sagt ihr?